Musik Mir ist es kalt und der Blick ist schlimm Diese Nacht ist grau und kalt und schwer Sie hält mich fest und gibt mich nicht mehr hin Jetzt ist es mal frei Musik Das war durch ein ehemaliges Mitglied von unserer Band Das war der ehemalige Bassist, Oro Paul Der war Angler und darum ist er aufs Mal frei Kleine Fische drauf gekommen Musik Wir kommen ursprünglich aus Beiersdorf Unser erster Proberaum war in Beiersdorf In Pauls Garage, Paul und ich habe in Beiersdorf gewohnt Und waren Nachbarn Und haben dort als erstes geprobt und jetzt kommen wir aus Köthen Musik Ja, das war meine Wenigkeit Mit mir hat es angefangen Durch meine Nachbarn überhaupt bin ich zur Musik gekommen Noch ein Kumpel kennengelernt Dann waren wir Bass und Gitarre Das klang aber ein bisschen blöd alleine Da haben wir gedacht, wir bräuchten vielleicht doch noch eine Sängerin Und dadurch, dass Eve früher mal meine Nachbarin war, hat sie es eingebaut Musik Ich brauche die Kontrolle zurück Kann nicht mehr nur funktion Ich bin noch keine Maschine Ich bin ein Mensch aus Leicht und Blut Wir spielen eigentlich aus der gesamten Palette Von Ullis über Rock Pop Von CCR Über Rock Set Über Tim Bensko Also auch moderne Musik Wir sind da breit aufgestellt Musik Unser bester Auftritt war bisher letztes Jahr zur Musikmeile Also zur Musikmeile 2018 Hier in Köthen Das war ein wahnsinnig toller Auftritt Weil das erste Mal fast 2000 Leute vor unserer Bühne standen Und das war sehr beeindruckend Die Bühne war toll, die Technik war toll, das Wetter hat gepasst Ja, es war ein super Auftritt Musik Musik Wir wollen in Zukunft Weiterhin als Hobbyband spielen Uns ist das wichtig, dass es ein Hobby bleibt Und nichts zu Was wird, wo man mit Geld verdienen muss Weil es dann einfach gezwungener ist Bei uns macht die Musik Spaß Und das soll auch so bleiben Ja, ob es euch mal ein eigenes Musikstück gibt Würde ich jetzt eigentlich eher mit Nein antworten Ja, man kann uns buchen Entweder auf Facebook Auf unserer Facebook-Seite Band Small Fry Oder wir haben auch einen Blog Band Small Fry Blogspot.de Und da findet man auch alle Details Wie man uns buchen kann Man, wer hätte das gedacht Dass es einmal so weit kommt Wie 99 Luftballons Wie 99 Luftballons Wie 99 Luftballons Gutballons Gutballons Wie 99 Luftballots Wie 100 Euro